Der Hype ist schon verflacht. Ne, es gehen immer noch gut Leute hin. Ohohoho. Wir waren noch nie so nah dran. Es fehlen nur noch 200 Dollar. Mehr im Monat. Dann hätten wir doch das hier geschafft. Und das war die falsche Empowern. Wir wollten nicht noch eine Dampflok. Wir haben die erste schon verschmäht. Kommt schon Leute, kommt schon. Macht mich glücklich, macht mich glücklich. Komm, ich hab grad einen Lauf. 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 nein es ist wieder unter 1000 es ist wieder unter 1000 es wurde leider wieder nicht geschafft und woran hat es gelegen weiß man nicht auch weil die anderen alle wieder wieder ganz fahren und repariert waren so jetzt ist wieder die möglichkeit es gehen ja auch wieder mehr rein ich sollte vielleicht echt die fahrgeschäfte wirklich alle schließen das könnte vielleicht tatsächlich klappen jetzt hat gegen selber ein problem das ist natürlich auch nicht gut ein verbrechen ist echt popelig wenn du geschnappt wirst nach nur einem verbrechen auch süß die sorgen sich darum dass gegen ein technisches problem hat dem kann man ganz leicht abhilfe schaffen indem ihr mehr rein geht bitte danke was wir machen können ist hier mal ein bisschen zack einfach mal das personal fortbilden kostet zwar was aber was tut man nicht alles damit das personal gut ist das projekt ist bereit angezeigt zu werden nein das wollte ich auch nicht haben das kann doch jetzt nicht sein dass es hier keine keinen wie heißt der ein schienenzug gibt dampfeisenbahn zug mit antrieb für jedes alter schon wieder 5000 verlust oder war das jetzt noch alt mal das war noch alt ja 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 ich will da schon drauf passen fünf stück ja 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 so der connie express zwei züge bitte sehr und die zuggeschwindigkeit wir ballern jetzt hoch auf 32 ja 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 hau rein das ding hat schon wieder oder erst das ding hat schon wieder ein problem alles klar macht keinen spaß macht keinen spaß ach so das zählt gar nicht den spaß ok 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 so 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 ach ist das das ist nicht schräg oh das erklärt natürlich einiges so wie lang ist das eine schräge bis hier hin so Nummer 1 wäre geschafft schräg bis 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 Vielen Dank. Nicht so weit rein zoomen. Okay. 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 Graue Strich immer. Ja. Der ist immer. So. Gibt es irgendwas Neues? Nö. Ne. Gibt nichts Neues. Auch nicht von hier. Das ist und bleibt das Sorgenkind. Wie viel machen die Verlust? 1000. 1000. Ja. Okay. Das ist vernachlässigbar. Ähm. Ja. Ich würde sagen. So. Es ist Zeit. Ich hätte es gerne abgeschlossen mit dem bronzenen Stern. Aber das ist leider nicht möglich. Oder? Ne. Okay. Wobei. Wir könnten natürlich jetzt noch warten. Im Moment sieht es gerade wieder gut aus. Wie zufrieden ist denn das Person? Ja. Das war klar. Genau. Sehr gut. Auch mal. No, naja. Auch mal. Kannst du das machen? Ja. Oh. 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 profit im letzten monat 956 wollte mich jetzt hier eigentlich fertig machen vollends fertig machen öde 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 ok kurze doofe zwischenfrage habe ich eigentlich im park eintritt das kann ich ja noch schnell gucken da ja habe ich aber das ist nicht so brillant viel das wird nix 300 dollar hat dem monat profit gemacht im letzten ja hat keinen sinn ich muss das hier leider beenden schade aber trotzdem vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss